Ich glaube Balmung bewegt sich Bist du da Balmung? Ja Geht los Das Kuchen gewittert Balmung Warum ist Bifi denn schon da? Tja Weil er vor der Instanz war Achso Jaa Lassen wir das mal so stehen Habt ihr irgendwas signifikant umgestellt? Nein Irgendwelche Monster-AOE-Aktionen oder so? Mhm Äh, lebt das nicht länger als sonst? Mhm Traum ist dich wieder taktisch an Das kann nicht sein, ich bin mit Abstand erster Pst Wer assistet mich? Über E-Day? Ja Okay Die DKs und Steffen auch Okay Ach wir haben RIP-DKs Ultra gut 4 3 2 1 Robter kommen Eine rechts eine links 2 4 Robots 1 2 2 1 2 1 1 1 1 und kitt so nach niebo ich gehe nochmal Tom, geh raus da, Kosh pflanzen sind da war den bau danach bräuchte hier bei mir noch hilfe ist hier bei mir er hat sich erledigt sehr gut content 2 ist ja wir zwei der scler kommt gleich und danach kommen die schwimmen der scler ist da crop her kommen jetzt sind da korrupter links und rechts ich hätte erster lass mir den mal bitte wird sie keine zeit zu gucken da sind noch das bloß haben wir alle fixer aus eric des film bitte der sniper das war jetzt wegziehen alles gut die heilzone ein bisschen sparen können Korruptor kommt gleich, nicht slacken, ganz rechts. Und das Claire kommt für erste Nacht. Das Claire kommt jetzt gleich, ist da links. Ich hätte sich schon fast überlegen, den Feuer aufzumachen. Denkt ans Grippen. Die gehen beide hoch. Jo, passt. Wir ziehen dann Healing-Teil vom Sniper. Augen auf. Links. Bitte sauber verteilen dann. Kommt wieder rein. Wieder links. Ist ein weiter Weg. Lasst euch von mir anbrüllen. Nee. Go, 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 go. Nochmal Bloodlusten für Falina. Nichts klauen, nichts dann. Letzte Phase Augen töten. Zweimal, ja. Okay. Bringt sie ran, bringt sie ran. Vortex liegt. Der Desk, das eine Desk ist schon gestorben. Robert dann zuerst. Korruptor rechts, Korruptor rechts. Range switch, ich bleib mir hier. Grip den mal, wenn es geht. Ich habe Corruption auch. Ich habe ein bisschen stun, schnell. Tile liegt, kann es weg. Regi da noch. Nee, stopp, falsch. Mibor. Mibor. Und der Dings rindt weg. Passt. Gebt Gas mit den Blobs, aber schön assisten, nicht Auin. Eld Shader. Desbloss zum Sitter. Grabe ist da noch. Die Melee werden ja noch eins gleich. Zarnis. Was dein Melee hofft, dass er dann hier aus Versehen rausgeht, ist es immer noch. Borough kommt. Und Stormcar. Du hast ja drei Ancarten, könnte man ihn töten. Ja. Kommt durchaus vor. Waren alles Melees jetzt. Wir haben jetzt keinen Combat Riss mehr. Verderber durch links. Jo. Corruptor, Tenter. Corruptor, Range machen sich schon auf den Weg. Melees bleiben hier. Columbius und Zino. Muss laufen. Melee boy erster. Wir öffnen das Auge mit den Dingern vom Großen, ne? Ja, genau. Da werden zwei direkt vor's Auge ge... Farlin war nächster. Auge gegriffed. Die töten wir zuerst. Das ist jetzt sauber spielen. Braves. Vorne noch zwei. Vorne. Oh, wie shit. Good job. Nach und ein Stück jetzt erst. Nö, ist es schon. Okay. Wir haben noch über 50 Sekunden. Kein Stress. Schön Single-Targeten, bitte. Nibu. Das Blastens kommen noch mal. Oder, ne, sorry. Hör, Schäder. Passt auf, die droppen alle. Ja. Nicht zu haupten. Einfach auf. Noch 35 Sekunden. Wir können immer noch Single-Targeten. Das wird ein 2. Ne, passt. Okay. Könnt sie töten. Die müssen beide treffen. Die Link-Tide-Sniper beim reinlaufen. Wir töten die ersten Ads. Wir töten die ersten Ads. Töten, töten, töten. Augen auf. Gleich kommt der Schleim. Rechts. Rechts. Verteilt euch. Aura Mastery, go, Zino. Ich bin ja auch Leute mit dem Debuff stehen geblieben im Camp. Der Boss geht down. Nur noch Interrupten jetzt. Finde ich gut den Invit. Bisschen reichen. Kaum ist Bifi, da geht's halt. Warte, warte, warte. Was war jetzt so schwer? Wie wieder aus dem Blatt, alle F***.